Yo Leute was geht ab herzlich willkommen zu einer runde tdm bei skill mit mir wieder dabei Epic und die map kenne ich sogar Ja die map können sie Flash läuft Flash läuft vor allem Flash läuft auf jeden Fall Da ist einer angehittet Ohohohohohoho da hat der mir ein Handy gegeben Ach du scheiße Damit habe ich nicht gerechnet Ich habe nicht gerechnet dass er mir so schnell einfach mal ein Handy gibt Bist du auch schon tot? Ja jetzt Oh shit da habe ich mich selber geflasht Das ist nicht so gut They see me roll and Oh copyright ne Wenn du singst ist nicht schlimm Achso Wenn der Song so laufen würde wäre es viel schlimmer Okay Da gibt der mir wieder direkten Handy ey Gibt nur Headys Junge Ja echt ey Voll der Hacker Cheater Egal Egal ich gebe nur Headys Headys only Soll ich mal snipen oder Ja Ja mach mal Das Tote sogar Die sind geflasht Die sind geflasht Oh ja Weißt du Als ob Alter der gibt mir no scope junge Normal Normal Der Standard war Und du Der hier Bleibt hier schön am spawnen Ja ne Was Ich bin nicht am spawnen Nicht du Der andere Der andere war da Oh Leute die sind vorgekommen Jo Boah Ich slipper dann mal Damit rechne ich auch gar nicht ey Dass die so schnell vorkommen ey Ich noch schön die Granate in der Hand Um schneller zu laufen Oh Gott Haben sie vor oder was? Ne 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 Oh Oh die kommt vor Die kommt vor Hab ihn Na Top Schoes Hm Durch ne Wann vor allem ey Werfe Granate Lass mich hacken Okay Eiger So war ich gelappt Nein Spaß Warte ich werfe mal ne Flash Achtung Oh der hat mich Äh Ja genau Der macht mich direkt weg Ist klar Mit der MP gibt der mir direkt nen Headshot Ist klar Ist klar Sie kommt vor Oh ich dachte ich flashe ihn doch Ey boah der Penner Ja Irgendwie hängt mein Spiel gerade Dein ist auch ganz leicht Ja so ein bisschen Hm Bei mir auch Flash Sind da aber mal ein Download liegen Ja für Granate Na kaum die Farmas wieder in der Hand Öh der hat sich hinter der Mauer gesteckt Was für mieser Hurensohn Also downloaden und spielen geht eher schlecht Ja dann brich kurz den Download ab Mach Pause Warte ich teste mal noch ein bisschen Der eine nennt sich Cristiano Ronaldo Oh shit Wenn ein Bandler spielt sich Cristiano Ronaldo zu nennen ist auch sehr Hm ja Muss ich erkennen Boah ok wenn du jetzt tot bist Epic Dann äh Mach kurz dem Download Pause Wenn es nicht geht Weißt du Ja es geht Ja es geht Mauer Pause Boah da renne ich ihm auch noch in die Granate rein Nein Boah Boah Äh wenn ich Snipper spielen soll Brauche ich deine Deckung ne Ja ich bin schon da warte Geh mal zurück Ich flash Ja ich bin grad mit M4 dabei Achtung Muss nämlich gucken dass keiner hier von der Treppe auskommt Oh was ich hab doch direkt auf seinen Kopf gezielt Das kann man in der Aufnahme sehen ey Das war ein Lockgasten Handy Locker Der hätte locker drauf gehen müssen ey Der Typ macht aber echt alle platt wa Ja Ich glaub der hat an ehrlich gesagt Mhm Ich meinte zumindest mehrere dass der anhatte Ich glaub das Ohohoho die kommen vor die kommen aber ganz schön vor Ja ich hab frei abwärmen können Danke direkt Stephen Khushi Ähhh Khushi Jaaaaah Ach auch so eine Khushi 100 bd hat der Aimbot drauf ey Boah Flash Guck dir mal die Folge an Dann dive Tube so richtig sehen, wie er schon die ganze Zeit auf mich gezielt hatte, obwohl ich hinter dein Mauer war. Och, Deco. Oh, die kommen von innen. Ok, gut, jetzt denke ich dich. Jetzt lass ich's mit den Granaten, bringt ja nix. Die verteilen echt nur Headys, wa? Ja, so zieh mich, ja. Oh, lolololololololololol. Oh, shit. Die kommen da. Oh. Oh, ja, ne, ist klar. Also, ich muss irgendwas an der Taktik ändern. Das geht so nicht weiter. Die haben uns zurückgepusht. Direkt. Deck mal die Treppe, bitte. Jo, alles klar. Diese Drecks MP7, ich nehm jetzt die P90, gleich, in der nächste Runde. Weiß nicht, ich... Achtung, Flash! Okay, danke, jetzt hab ich die P90, hier seid ihr im Arsch. Oh shit. Oh, die sitzen alle hinter den Mauern und einer ist in der Treppe dran. Okay, einer down, einer noch hinter dem Mauer, hinter der Mauer und einer in der Treppe. Okay. Ich versuch da mal... Oh, Flash! Boah, was ist los? Hohoho. Ich geh Treppe. Jo. Wir sind vorgerollt. Wir sind vorgerollt. Ja, genau von wo? Du siehst ihn ja nicht mal. Also, ich hab ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Der hat mir... Äh... Ist ja unvorstellbar, ey, wie krass die sind. Halt einfach mal die Winkel. Renn nicht rein, einfach nur die Treppe halten. Mach ich. Achtung, Flash! Wo da ist einer... What? Siehst du das? Durch den... Durch die Wand hat er mir direkt ein Handy gegeben. Der wusste... Woher soll er wissen, dass ich da bin, ey. Das geht doch gar nicht, ey. Weil das Standardposition ist, wo du da reinpuschst. Ja, aber der hat an... Ey, der hat 100 an, ey. 100 pro an. Granate! Quatsch. Jo, von hinten. Was? Wie geht das denn? Der ist wahrscheinlich Treppe gegangen, was die alten Flash waren. Ja, deswegen sag ich Treppe decken. Gut, ja. Bei den anderen Gang deck ich. Aber ich glaub real... Real Ice oder wie der da heißt, einer hat locker an, ey. Sieh das mal an. Ja schon, ja. Der hat locker. Down. Wandgranate. 30 Sekunden. Na komm, wir bauen noch ein paar Guilds. Hast du die Treppe? Ja, ich mach. Und, äh, das wird ganz schön hart. Bleib hinten, bleib hinten. Na ja. Da kommt einer. Oh, ja, nee, ist klar, ne. Und Niederlage. Naja. Wie lang war denn die Runde jetzt? Keine Ahnung. So ungefähr. So ungefähr. Ich würd' sagen...